So, herzlich willkommen liebe Leute zum neuen Part von Let's Play, ähm, Go with Kelsen. Inzwischen ist der Typ gegangen, Luli ist gegangen, weshalb wir jetzt nur noch zu zweit sind. Und das habe ich in den Top-Menü gegangen, bin ich hier reingegangen und jetzt sehe ich, dass man auch Hunde auswählen kann, weshalb wir jetzt einen Hund erstellen werden. Hey, das ist der Hund. Das hier. Nein, weiter. Runter. Stimmt. Fast nicht ganz. Und das, der sieht halt ein bisschen aus wie mein Hund, nämlich wie meine Gira. Ja. Wenn du hoch gehst, geh mal eins hoch. Nein, hoch. Rüber. Denn, warte, der über den, den du ausgewählt hast. Der? Genau. Das ist, äh, die Mischlingsart, die deiner hat. Das ist ein Shiba Inu. Ja, aber so sieht Mera nicht aus. Ja, du kannst ja mal hier ZR und ZL, kannst ja mal schauen, ob da, weil da gibt es ja auch verschiedene. Ah, das sieht ja so ein... Also das am ehesten. Wieso wurde der? Ne, der ist es nicht. Ja, ist zu lang. Ist ne Mischung auch aus den zwei, so kommt es mir zumindest vor. Aber, sagen wir mal der jetzt einfach, das sieht der am ehesten, ne? Ich will proben und auswählen. Äh. Größte kannst du auswählen. Deiner ist nicht groß, dann ist mittelgroß. Also so. Nein, mittelgroß. So, eigentlich so. Hat gepasst. Hat eigentlich gepasst. So, und das ist unsere Mera. 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 Dann registrieron. Ich kann aber kein Ausbilder anscheinend. Das gibt nur mit dem Controller. Lelle. So, dann registrier mir das Hund. Wir müssen zwar noch nicht, tu was wir das brauchen. Aber ich vermute mal, wir werden es brauchen, ist jetzt einmal einen Raum gestellt. ich glaube man kann noch mehr freis halten dass das nämlich deutsch das sieht sick aus das sieht echt geil aus soll ich tatsächlich sagen das sieht auch echt böse aus in weiß sieht der cool aus weiß sieht richtig böse aus man weiß und schwarz sieht echt böse aus jungen rassen können schau mal das blondie so hat das und geheißen oder sie wirklich ehrlich wer will so eine fußhupe als handtassen und ne so eine fußhupe wer will sowas haben wir das ist ein klassischer und irgendwie was das da nehmst du den das sind hunde man das sieht lustig aus ja schon ich mag das im weiß nicht oh gott alter zimmer um nach hinten das sieht so falsch aus wenn man es in einer bestimmten stellung sieht das so falsch aus so machen wir weiter aber es gibt ja noch mehr später kann es auch noch die hunde rassen ändern oder andere wählen ja geil goldner tippe aber die die ist ein schwarz schein goldner tippe aber die andere hunde rasse die ist gern genommen hätte das alternativen schwarz und denn im gold süß personen ist so das war es auch cool ja das ist halt das klassische was nehmen wir für einen das sieht aus wie ein panda alter bis ins von ich glaube ich nehme den hier unten in den druck ok weiß ich in welcher farbe ich würde es war zu nehmen die weiß ist auch cool aus ich würde eher schwarz nehmen persönlich ich habe aber die farbe weiß an also immer weiß immer weiß würde ich mal weiß sagen ja was machen wir noch mal fiech draus wie nennst du den fies ich weiß es tatsächlich nicht du weißt nicht wie der nennen ist ok mein kater fertig emilo was emilo emilio emilio ja weißt du deine katze ja karte aber habt ihr eben selbst so genannt ja wie kommt ihr auf den namen wie kommt ihr auf den namen emilio weil das eher äh selten vertreten so pablo emilio escobar gavia größter drogeboss der welt ok ja ja nee das ist es ist halt einfach so ok wir sind immer noch in unserem seeresort kann man auf stadtresort machen wir noch ich würde es halt erst fertig machen nein ich will stadtresort aber das sind nicht mal viele sag es dir mal nein ich wollte halt von resorte resorten machen wir haben das bald durch nein ich weiß aber wir sollten es fertig machen meine 70 wir kommen selber zum city resort das ist doch kacke kacke ist aber ohne es doch doch ähm ach tick bleibt ausgeschüttet das war ja juli ich sag mal so und ist da ach der tiger hat hier auch rum das ist doch schön ich muss hier gerade was schauen ähm was hatten wir das jetzt mit dem pflege hatten wir noch nichts oder doch das war falsch schön ähm ich weiß mal zum nächsten Punkt ok ja mach du ähhhhh such du mal irgendwas oi kann auch noch mal bisschen zaubern weil ich gibt da was viele Sachen das ist hier eigentlich ein Hund ist da hinten wir müssen ja nein ich habe ihn nicht gehittet warum hey schau mal das mein Hund das fängt mit der ja dir mal da keine Hitbox das ist die schau mal das Mira oh ja man hey schau mal ich hab die getroffen eh ne warum wie kannst du die ganzen sachen ändern genauso wie ich mich wirklich m rebellion wie kannst du die stillung ändern und登録 Fack, nein, ich will sie nicht mehr... ähm... Lol... Ich fahr mal im Festland... Ich weiß immer noch, wer die Taste zum Austreten drücken muss... Ich glaub immer noch X... Ja, in der Tat... Da ist mal ein Foto, das hab ich irgendwo gelesen... Ähm... Ich glaube, das ist halt hilfreich, wenn ich noch Fotos machen will... Das ist mir so wurscht, ich will kein Foto machen... Lol... Ich geh aber mal drauf... Nein... Abbrechen... Abbruch... Abbruch... Ähm, na, jetzt machen wir mal ein Foto... Mach nix damit das auch durch... Hm? Das auch durch die Imbiss-Orte sind cooler, kann man einfach essen... Das ist lustig... Und was hat das jetzt für Vorteile... So... ähm... Ah... Lol... Lol... Ich wollte eigentlich noch weiter schauen, aber naja... Ähm... Machen wir das... Nein, verlassen... Warte... Nein, das ist noch ein Foto, was du speißen... Das beißen wir noch mal ab... Ja... Ich will aber trotzdem noch eine andere Pose... Ich will eigentlich die Posen auch noch mal durchgehen... Okay... Äh... Ja... Ich will lieber... Wir machen einfach immer mal... Das hatten wir gemacht... Wir machen immer mal wieder Posen... Äh... Äh... Ja... Ach man kann hier... Ähm... Ja... Ah... Immer folgt mir hinterher... Das ist schön... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Äh... Outfit-Auswahl... Äh... Du hast was Neues? Outfit-Auswahl... Ja... Ja... Ist doch immer ganz schön... Ich brauche mal ne Idee, oder? Dann machen wir den Partner einfach Outfit-Auswahl... Ah... Kopf... Ah... Ich bin dran... Ach... Ich mach dann nach dir... Jo... Äh... Äh... Gibt's irgendwie... Gibt's auch Masken oder so... Also... Du bastelst dich dir ne Outfit zusammen, ist interessant... Wenn man nen anschauen... lol ja das hat doch was kann doch theoretisch die Eberin sieht aus wie ne Unterhose alter es ist halt einfach so ich find das ganz links ganz sexuell persönlich mit Palmen das ist halt auch der ist halt in Hypen so Hawaii Hemden mit Palmen und sowas drauf siehst du gehypt und richtiges Urlaubsfeeling ich meine das Spiel soll an Urlaub vermitteln fühlst du das jetzt in Urlaub mit einer schönen Urlaubsinsel nein ich fühl mich als wäre ich gleich im totalen Krieg mit dir gut vor allem wenn ich Leute werdet ihr das haut bin ich grad in Kuba Silversal ist richtig grad schon auf ne Liege im Urlaub die wird sich dann einfach automatisch hochgeladen ist das nicht schön aber da ist einfach trotzdem was ich bringen will trotz meiner Abwesenheit wie es in der ersten Part bereits gesagt hatte du Lügner bring es wie Sport äh wie es braucht es jetzt so was sag ich schon hahaha bring ich die schon aus dem Konzept komm im Käse bring es so ich leg mir das Kuba mal hier hin dann weiß es das direkt das tack ich dir gleich an die Stirn ich glaub man braucht Mira für die Slittenhunde Salins in den Wintersport Resort das ist möglich aber allein der Insel ne Ia war wie Island Ia war wie Island was so heißt die Insel Ia da steht Kauai du Bauer ach das sind K stimmt Kauai gar nicht ne Anlehnung an Hawaii Island bei dir ist auch wir sind grad in K bei dir ist auch schon Hopfen und Malz verloren alter bei dir ist auch schon Hopfen und Malz verloren alter bei dir ist auch schon Hopfen und Malz verloren ich freu mich schon auf ähm City Resort und ich glaub das Mountain Resort wird auch noch cool ja ja so um aufs Insel zu sehen wir sind grad hier so ach stell dir vor das haben wir auch vorhin schon gesehen ich weiß bist du bald fertig? ja so ziemlich ich muss mir ein bisschen nähert bitte noch nach vorne rücken äh kein Ding aber jetzt müssen wir auch noch mal kurz ein bisschen anstehlen so ganz persönlich alles warte ich hab Glückfluss aufziehen lol sieht auch Kral Ökonom bis jetzt aus ja ist doch lustig so ein Fick gibt's dafür Brillen alter die Farbe kann ja umeinern die Kopfüberdeckungen sind auch äh äh man könnte theoretisch die Strohhutbande machen man tu mal die Farbe ändern man könnte halt Ruffy machen ja gut schau mal hin der Hut passt ja man könnte halt Ruffy machen ich würd gern irgendwas im Gesicht haben so ne Maske oder so das wär sick ähm äh dann das wär geil dann das wär geil was ich da jetzt auch noch erstellen kann dass ich die Songs dafür hab ansonsten sag's mir wo das war wenn er mit hingehen kann du stehst doch hier neben mir wenn wir jetzt das sehen nein 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 äh äh gehen schwimmen würd ich bei dir auch mal auswählen so wo war das denn jetzt weil ich bin wieder irgendwo an dann hat doch mir auch das sehr gut danke ich bin pissen gell joe ich tu währenddessen mein Outfit mal umeinander so dann ist das jetzt Zeit ähm wieso kann ich eigentlich nur Kleidung haben zu uns Ruhe weil der Erner hat halt einfach richtig richtig viel mehr gehabt und und noch tollen schlappen aber mich wundert das ist nur in der gesamten einfach so wenig auswählen kann aber okay ändern übernehmen und verlassen wir mal darauf ich hoffe es hat sogar bis jetzt ist immer noch irgendwie und der rost was nicht so angenehm ist das kann man jetzt machen ich sag mal jetzt kann man sein quad zusammenstellen oder wie ja moin ok aber ich würde dass die anderen erst nicht passiert worden ist weil eigentlich müsste ich ja mein tier und alles anhaben theoretisch zumindest ich würde mal behaupten weshalb ich das immer noch mal probiere und ich einfach auf mir drauf der sitzt auf mir so machen vielleicht bekommen wir es ja jetzt hin dass das zeug gespeicert wird so die theoretische beste besteht ja ich kann einfach viel weniger auswählen wie du ich habe nur kleidung haben zu und zu das soll ich weiß es nicht sagst du dass du das verfügung ab ich weiß es nicht aber ich will ja keine hand zu und zu habe es jetzt auch also auch die farbe von den schuländern ich weiß ja mach halt weil die passt in die schwarze war fast geiler mit schwarzer sohle und roten riemen ist ja auch da habe ich sie auch so ja habe ich auch so gelassen ach so sind es die standard ja keine ahnung was habe ich nicht mehr freisagt habe aber es hat ein schönes wurde es rosa nis hawaiian geholt warum weil das beste von dem was die da halten ich hab nicht viel freisalten siehst du ist doch ganz schön ich glaube ich gehe noch mal rein ähm ja kannst du machen man kann neben dran kann man auch sein eigenen ähm sein auto ein anderes auto auswählen aber jetzt haben wir mehr bekommen tägliche geschenke jetzt kann ich reingehen weil jetzt habe ich den klammern dann gehst du jetzt rein und danach können wir uns vielleicht unsere autos ausbessern haben jetzt in dem part einfach unsere hunde gesucht autos ausgebessert alles drum und dran ich auch mal ganz schön aber du darfst es setzen weil sonst hört man nicht ähnlich hin mir kurz würde ich so kurz was auch sonst ja klar jetzt gibt es das richtige ja man ich werde ganz nett wenn die weste selber auch noch schwarz sieht man mal ja so und ich muss noch mal rein ich habe was vor dem b gedrückt ich habe dieses a b problem das ist der wahnsinn dass bei der xbox einfach anders gesetzt ist das nervt das heißt die ist das glaubst du gar nicht ach ja perfekt jetzt hast du das headboot nein ich habe zu fuß ich gehe aber gleich eh nochmal rein also von dem her erinnert sich das ist bei dir gleich eh wieder ja nur dann aber ich finde es cool dass wie gesagt der hund ist da auch immer nebenbei ist das ist ein cooles viel zu was wir vorhin gemacht haben klar das ist ganz witzig jetzt ist mir auch am spiel so gesehen ist doch auch neues ja wenn ich daran denke tu es auch mal jetzt am ende oder am anfang vom video ich weiß nicht ein bild oder gar nicht video von mir am nahe damit ihr eigentlich mal sieht was ist mein nahe wir müssen die ganze uhr mehr labern solltet ihr auch mal sehen also was heißt am ende kommt ein bild oder ein kleines video bei mir am nahe ich würde einfach ein bild rein tun ja oder so ein kleines video wo man sieht keine ahnung ich weiß es nicht mal sehen ihr werdet es dann sehen was drin ist äh ja genau was sind das die schwarzen handschuhe wie wirklich gibt es ja keine ganz schwarzen so brauchst du jetzt auch andere schuhe oder so ne auch nicht was aber du hast halt einfach viel mehr frei jetzt gehts auch das nur rein und zauberst du das jetzt auch wieder mehr frei hab ach ich glaube das liegt daran dass ich nur mir hab weil da nur ganz viel einstellen kannst ja wahrscheinlich weil du hast ja dann ich habe einen avatar ja macht sinn und sachen wie brille und kopfbedeckung dass das bei mir einfach nicht geht ja klar gut dann lassen wir es bei dem wie es jetzt ist was ist das daneben weißt du das wie das daneben ja man kann noch seine seins herz gehen sein quad kann man noch umändern also das ist auch ganz interessant ich gehe mal rüber und schaue das mal an ja ja ich glaube es mir gerade anders hat kannst du auch noch mal anzahlen kannst du dann noch personalisieren 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 ja was ist personalisieren weiß ich auch nicht ich glaube das ist nicht mal du hast das wort ich glaube das wort gibt es gar nicht ich benutze deine Fantasie pschuh Fanta so jetzt ist der IQ schon wieder so weit unten da ist eh noch nicht viel freigeschalten ok das sieht böse aus das sieht irgendwie ja ich finde das hier halt einfach so finde ich sieht jetzt geil so kacke aus ne das ist geil also soo also das ist altmodisch so das war es das modern das ist auch altmodisch das hier das sind eigentlich alles ziemlich nice designs ist eigentlich deine Meinung so besser vom Spiel du hast da so ein bisschen was gespielt so ich fand es eigentlich ganz witzig das ist ja auch Sinn und Zweck der Wiespiele und das stampeln wir jetzt mal als ursprüngliches Wiespiele ab ähm sorry der ist mir rausgehoppelt was soll ich das sonst nennen der ist mir halt rausgehoppelt und jetzt so komm mach mal hin ja 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 beruhig dich ich bin gar nicht gespielt oh ist noch was drin von der Eistee ne ein bisschen ne aber was für ein bisschen mehr als genug gut da hole ich mir mal ein Klasschen da hab ich noch kein Klass hier aber du bist eh noch besättigt ich und mein Teil komm da ist wieder jetzt kommst du da ist wieder jetzt komm jetzt die Klass Achtung du kommst oder was oh Gott Achtung ich komm mit dessen kannst du noch ein bisschen rumspielen alter das blau weiß nicht aus wie so ein Polizei Squad warte warte das hier ja hol die Zeit komm du nimmst ins straßenzeichen ich darfst dann erst ein bisschen kommentieren und freundlich jetzt mal ein kleines bisschen vor allem ganz genau so sehr gut ein bisschen in die Restung jetzt passt's Is get wrecked. Warum sollte ich? Ich weiß nicht was das Problem ist, keine Ahnung. Schöne Geräusche, oder? Oh, verfickt. Oh, okay, verfickt Maul. Alter, war Kakashi hier im Start. So halb. Nice. Super, komm mal hier. So Leute, da bin ich wieder. Willst du mir nicht da was einstecken? Willst du dich selber machen? Ich kann es auch selber machen. Wer soll? Ich würde dir schon was einstecken, allerdings da musst du für mich Popcorn machen. Ach, das war so. Das ist die Bestimmung. Das war nicht ich, das war Juli. Trink mir das gar nicht da drauf. Was ist das da für ein Power? Ähm, so, was haben sie für Störungen? Wer hat Storungen? Was? Wer hat Storungen? Der Kelly, schau dir doch mal an. Ah, also, wir gehen auf die Suche nach der neuen Sportart, nächsten Sportart, whatever. Und die Sportart machen wir im nächsten Part von... Schau, da ist ein Krebs. Geil. Lol. Lol. Auf so jeden Fall machen wir die Sportart. Hey, da ist ein Hundi. Im nächsten Part von... Hundi. Wow. Hundi. Das ist dein Hund. Mein Hund ist im Wasser. Nein, das ist mein Hund. Ja, was ist dein Hund für ein Hund? Ich, 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 ich hab keine Ahnung, ich, ich weiß nicht, was da halt gerade abgeht. Ich, ich, ich rede einfach mal. Ach, Hundexperte, den sehen wir im nächsten Part. Macht's gut, bis dahin. Und...